Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn wir so ein bisschen versetzt sind, aber ich versuch's mal. So, hier sieht man ganz oben schon ein Zeppelin, finde ich lustig. Die Map erinnert mich an die Map, die ich schon mal vorgestellt habe mit Tiefgarage, aber die gefällt mir viel besser, weil man den Boden hier nicht durchschauen kann. Das ist also so ein Liederboden. So, ich renne mal Richtung Tiefgarage. Ich weiß nicht, ob jeder die Map gesehen hat, die ich mal vorgestellt habe. Wenn man es da vorstellt... Hallo, ich stelle mich da vor. Achso, ich bin zurückgegangen. Dann kommt die Tiefgarage hoch. Oder zumindest das Feld hier. Und man kann nach unten fahren. Also ich habe vor, hier einfach mal die Map zu zeigen. Und ihr könnt ja zwischendurch Fragen stellen oder euch dazu äußern. Dann werden wir ja sehen, was das wird. Ich mache das zum ersten Mal, diesen Livestream. Mal schauen, ob das ein Erfolg wird. Ich schnappe mir einfach mal diesen Traktor hier und fahre mal ein bisschen durch die Gegend. Die Tiefgarage ist auch viel größer als die andere Map, wo ich mal gezeigt habe. Und hat auch mehr Ausgänge. Also ich kann auch eben hier rausfahren. Finde ich auch ganz gut. So, wird das Licht da oben grün. Ne, ist da nur so ein Notlicht. Also fangen wir als erstes mal mit dem Hof an. Hier haben wir so einen Container stehen. Ich glaube, den kann man sogar befüllen. Hier haben wir eine Halle zum Unterstellen. Und hier gibt es die Düngelspritze. Ich glaube, hier kann man die Saat... Ne, da vorne kann man die Saat entsprechend laden. Und hier der Zaun vom normalen Hof geht weg. Und hier geht die Straße auf die andere Seite. Die Silos sind mehr oder weniger geblieben. Wir haben einen neuen Anstrich bekommen. Und ich fahre mal weiter. Nämlich direkt hinter dem Hof ist eine BGA. Und ich steig mal aus. Das nehme ich auch der Name... Ne, ist eigentlich nicht verewigt. Hier steht BullgasXL. So viel ich aber jetzt Erinnerung habe, hat die Map BulldozerXL erstellt. Ich finde es auch gut, dass hier sich alles bewegt. Hier ist so ein Würfel, der bewegt sich. So ein Werbewürfel. Oben bewegt sich einer. Das Windrad bewegt sich. Hier ist eine englische Telefonzelle. So Kleinigkeiten gefallen mir echt gut. Ich hoffe, irgendjemand anders kann dir sagen, wie die Map heißt. Weil sie ist einfach nicht leicht auszusprechen. Ich werde den Namen auf meinem YouTube-Kanal und später auch, wenn ich mal die Seite veröffentlicht habe, auf meiner Homepage veröffentlichen. Der Entwickler oder der Ersteller dieser Map ist BulldozerXL. Und der Name der Map besteht aus sehr vielen Buchstaben. Ja, ob ich das mal live mache mit Zuschauer, das ist auch eine Frage, weil ich stream ja diesen ganzen Inhalt jetzt live. Und wenn ich da mit Zuschauer mache, ist ja der Zuschauer auch noch da. Der ist ja auch auf dem Server drauf. Das kostet ja auch Datenverkehr. Und über Skype wird ja auch noch Daten vermittelt. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ich wollte das erst mal hier so testen. So, hier diese Waage funktioniert auch. Man sieht auch das Gewicht. Das meiste ist der Traktor. Zumindest im Spiel, im wahren Leben wird das ein bisschen mehr wahrscheinlich sein. Ich habe mir hier diese Sache schon mal angeschaut. Deswegen kann ich mal ein bisschen rumlaufen. Hier ist eine Ballenverbrennungsanlage oder auch Quaderballen, Rundballen. Oh, das ist heiß. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Hier kann man Zeug reinwerfen, um zu verbrennen. Ich teste diese Map einfach mal blind. Also ich habe nicht viel davon gesehen. Ich möchte es mir einfach mit euch mal ein bisschen erkunden. Also wie gesagt, oh da, das ist gefährlich mit dem Feuer. Das geht hier raus. Kann man das so seitlich sehen. Boah. Okay. Ich fahre mal weiter. Was ich cool finde, auf der Biogasanlage sind auch Solarzellen angebracht. Das finde ich mal clever. Als LP das mit dieser Map, das kann ich mir vorstellen. Also was ich gesehen habe, gefällt mir die Map ganz gut. Vor allen Dingen diese Kleinigkeiten, dass sich alles dreht und so weiter. Scheint also gut durchdacht zu sein. Und ich habe mal spaßhalber... Was ist denn das hier? Auch das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob man das im Stream sehen kann. Hier kommen Rauchschwarten raus. So Dampf. Das sind so Kleinigkeiten, die sind gut gemacht. Da hinten dampft es auch. Das Zeug gärt ja. Also mir gefällt diese Map recht gut, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich kann mir vorstellen, die mal als Let's Play zu machen mit Zuschauern. Ist auf jeden Fall mehr Abwechslung als bei dem Skiregionssimulator. Also könnte man auch mal als Paralleles-Projekt machen. So, das war mal die BGA. Oh, seht ihr da oben? Da ist ein Adler. Soviel ich weiß, gibt es auch hier so eine Aufzuchtstation für Adler. So eine Falkerei. So, ich fahre einfach mal weiter. Was ich auch installiert habe, ist der Map-Viewer von Fox Alpha. Ich schaue mal gerade hier rein. Wo kommen wir denn hin, wenn wir da weiterfahren? runter zur Müllermilch und rüber zur Zuckerfabrik. Das möchte ich mal machen. Was ich auch cool finde, hier führen lauter Wege in die Berge rein. Bin ziemlich waldig hier. Mal schauen, wo es hier entlang geht. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Gut, dass du gut gebremst hast. Ah, hier geht zu. Na, ich sehe ja nichts. Hallo? Zu den Feldern hoch. Dann fahren wir noch mal weiter. Ich will erst mal die Map sehen. Milch von glücklichen Kühen. Kann ich den fahren? Es gibt ja Maps, da muss man seine Milch selbst abholen. Nee. Leider nicht. Ich komme nicht rein. Ja, ich fahre ja gleich weg. Hör auf, hier rumzustänken. Drüben ist ein Hubschrauber, direkt über dem Traktor aus Puff. Gefällt mir richtig gut so, Kleinigkeiten. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und es gibt auch wieder andere Fruchtsorten. Wenn er die Map runterladet, wie gesagt, ich kann mir den Namen nicht merken von dieser Map. Steht in der Beschreibung drauf, dass er einen Haufen Mods noch dazu braucht. So Trigger, Fruchttrigger, BGA und so weiter. Wow, was war denn das? War ein Hubschrauber? Hier. Hier. Oh, das ist ja cool. Wo ist er denn hin? Boah, dir gefällt mir richtig gut, die Map. Ähm, wo war ich? Achso, wenn er die... Da ist er ja wieder. Runterlädt die Map. Ich will mal wissen, was das da hinten ist. Ähm, steht in der Beschreibung von Mod-Hoster, wo ich die jetzt herhabe, Mod-Hoster, ähm, welche Zusatz- Mods er dazu noch braucht. Was sind das? Sonnenblumen? Sonnenblumen sehen aber ziemlich welk aus. Müsste mal jemand mal ernten. So, schaffe ich das vor den Autos hier? Ich höre gnadenlos hier. Aber ich... Stopp, 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 stopp. Ich wolle doch zur Zuckerfabrik. Die liegt doch in einer ganz anderen Richtung. Habt ihr wieder Glück gehabt? pumpkin viene 完zt. Ab Consolid restaurate Ernst Schön in die Frau von R w w Untertitelung des ZDF, 2020